Hallöchen, willkommen zurück zu Star Wars Metal Front. Jägerzeit ist Slave One Zeit oder Melanon Falken Zeit, man weiß nicht genau. Weihnachtszeit. Oder eine ganz andere Zeit. Oder die Steinzeit. Richtig. Komplett andere Zeitzone, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir hier heute unterwegs. Wir haben uns heute zusammengefunden. So, ich mache mich wieder auf die Suche. Oh fuck, sind hier viele. Hier geht es aber ganz schön an, ne? Woah, ich bin fast tot. Tot! Oh, bin ich dumm. Ja. Äh, achso. Wie viel? Oh, come on! Ja, na, jetzt ist er auch tot. Haha, super. Bist du richtig froh drüber, ne? Ja. Wer ist denn hier dieser Grüne? Du bist grün, wieso bist du grün? Warum, wer ist der andere? Bin Yoda. Äh, das, ähm... Gut, hätten wir auch darüber gesprochen. Hier sind auch, glaub ich, zwei auf der Suche nach irgendwas. Ich habe ihn gefunden. Nein! Ich war zu weit weg. Toll. Wieso treffe ich denn ab und zu nicht? Das muss man mal erklären. Na ja, klar, dass er ausrechnend dann ausweicht. Wieso treffe ich denn nicht? Boah, fuck you. Alter. Diese Omme ohne, ne? Der Typ ist wirklich nicht so ohne, ne? So. Unsere Slave One ist unterwegs, habe ich gehört. Aber ich habe ihn nicht verstanden, das hat dieses Helden-Power-Up, sag ich mal. Das hat eine ganz andere, ganz andere Optik. Ich bin am sterben. Mehr ist das heutzutage nicht mehr. Hilfe! Und da ist der Millennium Falcon einfach mal in mich rein... äh, nein, andersrum. Ein imperiales Transportschiff. Gibt's da... Gibt's da Bonuspunkte, wenn die frei durchkommt? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist er ziemlich am Arsch. Ja, Heimatland geht die vom Wert runter. Oh ja, gut. Wahnversuch wert, ne? Kann man so sagen. So. Ich weiß es doch. Alter! Ich versuche sogar extra aus dem Kampfgeschehen abzuhauen und dann ist er hinter mir. Was ist das für eine Art? Na ja, der auch. Der hat mich jetzt übrigens erwischt. Übrigens, wir sind wieder ordentlich am Gewinnen. Ja. Weißt du, woran das liegt? Äh, nein. Ich glaube nämlich, wenn wir die Fähren wegballern, dann sieht das deutlich besser aus. Okay. Da machst du, glaube ich, richtig fett Punkte mit. Heißt, beim nächsten Mal bitte konservieren auf Fähre, wenn's heißt, dass sie kommt. Ich werde die ganze Zeit hier wegballern von irgendwelchen Raketen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist voll gemein. Meine Frage ist immer, darf das überhaupt sein? Nein. Ich weiß nie, ist das jetzt ein KI oder ist das jetzt ein richtiger? Aber... Wop. Haha. Weggerannt. Idiot. Mensch, warum, warum kriegen wir denn nie so eine Fähre? Omega-8. Was ist denn das? Omega-3-Fettsäuren. Omega-8. Der Platz. Wie sieht's eigentlich mit unserer Slave-1 aus? Fliegt die noch? Keine Ahnung. Und meist weiß man nicht so genau. Genau. Das ist ja doof. Äh, im Moment passiert irgendwie gar nichts bei mir. Ich weiß nicht, wie's bei dir aussieht. Okay. Und drauf konzentrieren. Ich hab's gerammt. Sehr gut. Zerstört das Schiff. Leute, ihr müsst dieses verdammte Schiff zerstören. Warum, warum reiht ihr das denn nicht? Ich bin grad dabei. Sehr gut. Fast weg. Juuu. Was ein Move, das hätt's mal sehen müssen. Das hat man richtig schickt... Oh, ist das ärgerlich. Warum verdammt nochmal rammen die mich eigentlich immer? Tot. Nimm mit dieser Sideshow, Bob. Ja, jetzt ist gleich sowieso vorbei. Das ist doch Schweiße, ist das. Das stimmt. Ich hab kaum Kills. Zwei Kills. Doch so viele. Ja. Du warst wieder voll dabei, ja? Ich bin wieder heute richtig gut drauf. Wobei es vorhin ein bisschen besser aussah, aber jetzt... Ich hab doch grad einen abgeschossen. Warte ab der Axt. Warum krieg ich nicht die Kills? Was ist das denn so, bitte? Ja, insgesamt bin ich wenigstens nicht negativ, ne? Quasi Pari. Quasi Pari. Ganz genau. Du bist nur viermal gestorben. Sag mal, wo zur Hölle bist du rumgeflogen? Auf Tatooine? Ja, ich hab mal einen kurzen Abstechen darüber... Oh, falsches... Entschuldigung. Völlig falsche Galaxie. Völlig falscher Kampf. Mensch! Sachen gibts du, hä? Oh, Mann. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich dachte, ich gehöre zu den Sandmännern. Äh, 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 äh. Gattes... Das ist schon wieder ein... Ein dummes Geschwätz. Was? Wir werden nie dummes Geschwätz. Wofür du bist? Wer, wer, wer sagt das? Ich hab ne neue Power-Up-Karte. Bist du bescheuert, oder was? Feuerbündel-Ionen-Granate. Was will ich denn mit sofort? Was will ich denn hier aussehen? Was ist mir das... Was ist mir das aussehen? Egal, sag ich dir. Was ist mir das egal? So. X-Wing-Time! Äh, das ist korrekt. So. Oh, Mann. Muss das sein? Warum schießt du auf mich? Mach einfach so Spaß. War schon richtig, dass du das warst, ne? Ja. Wer sonst? Man weiß es nicht. Alter, ist das euer Ernst? Jawoll! Ich hab... Ich hab... Ja, ich auch. Der Typ hat mich gerammt. Die Pissen-Ecke. Nein! Ich find's echt lustig. Komm, flieg schneller. Ich flieg hier wieder sehr tief im Tal. Sehr gut. Und dann drunter im Tal, ja, da wohnt das kleine... Oh Gott. Komm, lass mich ran, lass mich ran! Ich seh ihn doch! Tut mir nichts, tut mir nichts, tut mir nichts, tut mir nichts, tut mir nichts. And here we go! Ist das jetzt euer Ernst? Nein, ernsthaft. Ach, Spiel, warum hast du mich so? Ich hatte schon die Überblendung zum Millennium Falcon und dann werde ich auch abgeschossen. Das ist doch nicht fair. Wo soll ich die Ton hin? Ich fliege grad völlig ohne Ton, ist so leise grad. So leise? Ich hör gar nicht, dass mein Flieger hier im Drehzahl bekennst, oder nicht? Pfff, Idiot. Hä, irgendwie ist das grad echt mega komisch. Mal ehrlich. Was denn? Was denn nichts? Ganz leise, wenn ich schieße, dann geht das schon ganz gut. Nein, ist der Jäger aus Brechtur! Schüttel ihn ab! Ich hab hier ein Problem! Ein Transform-Jet zieht sich aus dem Kampf. Abverkehrt alle imperialen Ziele. Die sollten... Ei, jetzt bin ich tot. Das war, glaube ich, weil ich direkt in dieser Überblende... in dieser... äh... Blende gestorben bin. Aber wie scheiße ist das, ey? Ganz ehrlich, das ist doch kacke ist das. Welche Luftflüchte. Hier ist Ruhr 12. Beschleunige auf Angriffsgeschwindigkeit. Ruhr 12, beschleunige auf Angriffsgeschwindigkeit. Ruhr 12, beschleunige auf Angriffsgeschwindigkeit. Quark ist das! Oh! Ist das bitter. Seh ich auch so. Aber wie viel? Ja! Very nice! Very nice! I like it! Hey, danke! Ich wollte gerade sagen, treffe ich auch mal noch? Das warst du?! Ja, das war ich! Warum klaust du die ganzen... Ja, genau! Weil du ja... Der Einzige, der hier auf Suche ist nach dem Millennium Fall. Ja, ist so. Ja, ist so. Komm, so, jetzt aber. Ich hab' ihn! Dann nutze ihn! So, ist es wieder Normalmusik hier? So. Ja, darf ich auch mal fliege... Steuern? Danke! Come get some! Oh, das... Boba! Da haben wir ja was anderes, ne? Also der Millennium Fall macht ja schon ordentlich Schaden, ne? Ist ja nicht klar. Ja! Schaden? Das kann man nicht sagen. Ich weise doch. Aua, lass mich doch mal in Ruhe hier. Was für eine Fähre? So, jetzt hab' ich dich, Junge. Mich? Nee, nimm' da noch. Okay. Yes! So, wo ist sie denn da ist? Bye, Beach! Habe ich mal kaputt gemacht kurz, ne? Störte nicht. Schüttel diese Rakete! Ja, 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 ja. Schüttel diese Rakete! Blablabla! Wer interessiert denn der Schatz? So, erstmal Fahrzeugreparatur eingesammelt. Dankeschön! Ganz wichtig! Na, sehe ich auch so. Komm schon! Ich weiß gar nicht, auf wen ich mich alles konzentrieren soll. Yes! Sieg! Und ich hab' überlebt! Erstmal einen zweiten Versuch, aber ist egal. Mein Controller vibriert seit sieben Minuten. Aber auch. Das ist cool. Dafür hatte ich keinen Ton. Egal! Nur mit Problemen zu kämpfen, das kann ja jeder. Pfff. Wir gewinnen einfach dabei auch noch. Sehr gut. Also, wir haben, äh, was haben wir aus dieser Folge mitgenommen? Wir haben Jumbo Schreiner gegen Jumbo Schreiner oder mit Jumbo Schreiner? Ist ja auch scheißegal. In diesem Sinne! Wir bedanken uns beim Zuschauen, das hat Spaß gemacht und, ähm, may the fun be with you!